Musik Was geht ab Leute und herzlich willkommen hier zu einem neunten Vlog hier wieder auf meinem Kanal Ich fahre jetzt zu Sascha, denn heute geht es ja nach München zum Eligeli Cup Ob Sascha um 9 Uhr schon wach ist, jetzt I doubt it Ob Sascha zu spät aufwachen wird und noch nicht einmal was gepackt hat I doubt it am Eau Die Frage, die ich mir auch noch stelle ist, haben wir eigentlich schon Winter oder was? Es ist so grau, wir haben 17 Grad 2,25 Euro Kein Problem Mann, kein Problem Ring, Ring, du hast Durst Ja, du hast Durst, ich weiß, ein G-Pod hat auch Durst, der trocknet auch raus 9 Uhr 51 Sascha Der hört mich nicht, der ist in der Dusche, hört laut Musik 11 Uhr 22, Stau Wie kommt es, dass wir um diese Uhrzeit im Stau stehen? Wir waren Samstag schon in München, wie das von uns verlangt wurde Wir mussten nur nochmal nach Hause Okay, du warst nicht live oder so? Na, bro, ich war überhaupt nicht live Nein, das war Pass-Procast Das war Beauty, ja, das war einfach Eli, falls du das siehst, wir kommen nicht zu spät 13.01 Uhr stand jetzt Ankunft Also, 13.01 Uhr, ja? 13.15 Uhr müssen wir da sein 13.15 Uhr hieß es, dass wir hier sein müssen Dann soll nochmal kurz jemand sagen, dass wir unpünktlich sind Oder Sascha Sehr verehrte Fluggäste, wir beginnen den Landeanflug in München Aus dem Auto beträgt 16 Grad bei leicht bewölktem und reglerischem Wetter Please fasten your seatbelt Kennst du noch eine andere Sprache? Ladies and gentlemen, je nach Ich muss erstmal wirklich die Toiletten erstmal begrüßen Ich muss so hart scheißen Leute wissen, ich hab gestern auch eine Pizza reingefressen Ich hab Chips gefressen Ich hab noch so Thunfisch gegessen, vegan Für Eiweiß und so Ich muss so kacken Holy shit Also für ein Spiel Geh ich heute auf jeden Fall in den Kasten Und das tue ich nur euch zuliebe Ich bin mir zuliebe Letztes Jahr nämlich immer zu spät gekommen Als einzige Person Da bin ich mir selbst dran Da bin ich mir selbst dran Hier sind wir richtig Jawoll, schwarzes Trikot, so und nicht anders Und meine lieben Damen und Herren, das ist der Mann Der uns heute die Dinger vorne reinmachen ist Ich versuch's auf jeden Fall Und wenn's irgendwie mal knifflig wird, auch mal runtergehen Und dreckig spielen Natürlich So seh ich dich Schwarzes Trikot, let's go Jetzt paar Schüsse mal halten, oder? Der Platz ist da überweich Und jetzt einmal hier die Pässe, Jungs Ich glaub, das tut heute so nichts mit den Schüssen, Bo Hör auf, mach die Kamera aus Das ist nicht der Moment später Das ist genau der Moment Du weißt, dass ich die Kamera raushol Wenn's grad nicht passend ist Fass mal echt an? Also unten mein ich Bist du nicht nervös, ehrlich jetzt? Ey, grad gar nicht Ich freu mich, schön, dass du da bist, der Gast Gerade Kai Flamow getroffen Ich denk mir, Alter Solche TV-Legenden Dann komm ich hier um die Ecke hin Ja, aber du machst es ziemlich gut Ich geb mein Bestes Guck mal, wie er sich ansteckt Wir machen nochmal eine Neuaufnahme Bruder Ja? Ich hab grad noch gepennt, gestern noch P1 gewesen Und dann klar, klar Ich hab's gescriptet Heute sind wir nicht in einem Team Heute sind wir im Gegeneinander Und ich werd so dreckig spielen Bist du im Tor oder Felsspieler? Ich spiel Nein, ey Du bist ja auch dabei Natürlich Aber heute sind wir nicht im Team Heute sind wir Gegner Welches Team bist du? Sascha Wir sind im Halbfinale Wir sind im Halbfinale Geil Und jetzt ist das Tor? Ja Und jetzt zeig ich mal den Leuten da draußen, die sagen, Karma ist gut im Tor Er ist gut, aber mein Schuss ist besser Kranker Schuss Kranker Schuss Oben rechts Es kann zu klein und erfüllen Der aussieht ein anderer mit Ich weiß Es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, Leute Heute noch Jetzt gleich ein Eröffnungsspiel Ailey gegen Tim Sitt Monti ist hier im Tor Ich hab ihn gefragt, ob er fit ist Er hat was am Handgelenk Und ich werd einfach mal sagen Dass wir gewinnen, oder? Bitte Ok Leute, Zwischenstand nach dem Lose jetzt eben Habe ich dennoch für euch was Nices Als Trost Nämlich von meinem Partner Smilodox Mit dem Code SPENDY Könnt ihr 50% sparen Ab einem Mindestbestellwert von 90€ war das Der hat doch 90€ Das Ganze ist natürlich begrenzt Also schnappt jetzt auf jeden Fall zu Sprich, wenn ihr irgendwas einkauft da für 150 Zahlt ihr 75€ Ich finde das ist wirklich mega geil Und die Qualität ist auch nice Smilodox Kuss und Liebe geht raus Ich hab ja wieder mit Fitness angefangen Und die Jungs unterstützen mich dabei Also Habt ihr auch was Gutes für euch Zusätzlich gibt es zu jeder Bestellung noch einen Mystery Artikel Geheimes Geschenk Dazu Dann zieh doch nicht hinlustiger Ey, nach 2 Minuten dachte ich bin tot Bruder Ich schwöre Ich dachte ich sterbe jetzt nicht Krasa Erste Spiel gewonnen Wie krank ist unsere Mannschaft bitte Bro, du hast einfach ein fucking Tor geschossen Ja Erste Spiel Direkt ein Tor Wir haben 4-1 gewonnen 3 Dinger gemacht Einfach ein Headtrick Der Typ ist respektlos Verloren 3-2, Scheiße Sehr ärgerlich Wir hatten es eigentlich Oder was sagst du? Das Spiel von uns War unverdient verloren Uuuuuh Hast du nicht Kommt gar nichts hin Heute bin ich die Mauer Max, dein Bruder mit einfach keine Chance haben Weiß ich jetzt nicht Ob das eine gute Idee ist von den Jungs In einem Spiel wo es eigentlich um alles geht Das war jetzt echt nicht meine Fehler Alles gut Alles gut Nein, alles wieder an mir Nein Es war einfach nicht euer Tag Ich bin nur gerannt Hab 2 Kämpfe gemacht Mehr hab ich nicht gemacht Auch rausgeflogen Wir haben schon das Ausflug Ja Das ist der Mann der bei SS4 Harz sagt Morgens um 10 Ein Bierex Noch eins, gib mir eins Für jedes Tor ein Bier Okay, Max, wie viel hast du schon mit Rügel? 5 Bier 5 Tore Ich bin fertig Weiß jemand was das ist? Nein Es ist nur ein Glas Was ist das? Es ist nur ein Glas Fals Ey ganz kurz Ich sehe gerade, dass unsere Mannschaft Heute gehen Tabellen Erst SS4 SS4 Das war es dann auch mit diesem Video Ich hoffe euch hat dieser Vlog auch wieder gefallen Wenn ja, dann wisst ihr ja schon Bescheid was ihr tun müsst Einfach mal einen Kommentar da lassen Für den Algorithmus Lasst einen Daumen nach oben Da teilt dieses Video Das Event von Eli war wirklich eine 10 von 10 mal wieder Ich bin da wirklich sehr 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 dankbar, dass ich bei sowas dabei sein darf Dass ich sowas miterleben darf Es ist einfach nur geil Digga Es ist einfach nur geil Keine Ahnung, ich liebe einfach solche Events Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video Da könnt ihr auch nochmal drauf freuen Da bin ich mit Sascha und Nico unterwegs Das wird geil Let's go, die kleine Pause tat mir definitiv gut Aber jetzt umso stärker zurück Kuss auf die Nuss Im nächsten Spiel Eli will ich ein Tor Eli Hä?